es ist eigentlich nur die ganze Zeit ein Minispiel aber ich finde es eigentlich ganz lustig die Räder ist ein Locken und dann wird wieder geschossen ich glaube ich darf auch mal schießen weil dann hätten wir endlich mal einen Hunter, dass ich auch kann so knall die Enten ab, knall die Enten ab der Biss der holt sich jetzt die Enten natürlich ach so das sind Plastikenten die sie da rumfliegen ja und der Hund holt natürlich die Enten an Land so klar mit verdammt Entenbraten das ist ein guter Jahrhund schon aus ey what the fck we even call and in good that step one to killin' ducks step two is shooting Jason why don't we see if John Luke can shoot well come on let's head out to the shooting range then come on John Luke come on the truck der erste Teil ist es enten an der Lok eine andere gut zu schießen und ich soll jetzt ins Auto steigen und wir fangen jetzt zum Schießplatz das ist was fieso von John Luke das ist das ist, was ich gut ich finde es gut das ist gut nein, manchmal ich also das ist was ich ich sage das ist was ich ich sage das ist das ich sage ich sage dass ich sage ganz gut ich sage ich sage das ist ich sage So, es ist verlangt. Yes. Alright, John-Luke. Let's start with the basics. We've set up some bottles for you to shoot. Take them down, one by one. You've got to aim down the sides to get a beat on your target. Okay, normale Kontrollerstörung. Kimmel und Korn. Wie kann ich hier wieder weg? Ach so, ich muss so bewegen und dann zielen. Ich kann das später gar nicht mehr bewegen. Großer Artikel. One, the Ducks like to move around. We're gonna throw some bottles in for you. Try them on the fly. Ah, jetzt geht's. Keine Bewegung auch. Zack. Zack. Nachladen. Die erste bin ich gut getroffen. Geil. Ey, ich glaub nach, du Arsch. Yes. So. Also muss ich von dem die Ding treffen. Ach so, ich muss nur in der Nähe. Ah, ich verstehe. In der Nähe anziehen. Zielt er automatisch. So. Okay, nur zwei gleichzeitig treffen. Geil. Geil. We're gonna try something a little harder. This is like bowling when you gotta hit that 7-10 split. Shoot one bottle, then pull out and aim down the sides to hit the next bottle. You'll snap two quicker than just keeping your cheek on the stock. This is the fastest way to move your shotgun sights from one side of the blind to the other. So, jetzt muss ich wieder, äh, versuchen zwei zu flächen. So, jetzt muss ich wieder, äh, versuchen zwei zu flächen. Ja, jetzt langsam hol ich's raus. Schließen. Zehn. Oh Gott. Jetzt wird echt schwierig langkommen. Nachladen. Jetzt riecht er sogar noch eins, ey. So. In die Flaschen ausgegangen oder wie, ey. So. 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 Jetzt müssen wir rausquallen dann. So. In die Flaschen. Ich hab nur noch eine Flaschen gebrochen. Ich hab doch eine Flaschen gebrochen. Oh Gott. Ich hab doch einen Flaschen gebrochen. Noch ein Flaschen. Noch ein Flaschen. Was ist das ich fahren? Egal. Egal. Ich. Ich. So ist ja fast wie ein GTA, äh, äh. Egal gewesen. Gali hatte ich nicht die Flaschen rein, auf sich zu schließen. Ja, ich weiß ihn nicht mehr, wir brauchen nicht mehr. Wurde eigentlich alles das dehnen? Keine Ahnung. Den kosten, weil die Typen nicht echt schütter haben. Ich sehe eigentlich, dass jetzt Wasser fällt. Ah, das probieren wir später. Ja, die können jetzt auch ein Bild fallen. So wird er angeguckt. Ja. Welcher ist es? Ja, geh mit ihm. Ja, was hat er jetzt gekostet? Ja, was hat er jetzt gekostet? Ja. So, wir müssen jetzt hin gehen. Lass uns nicht mehr schießen. Okay, er hat sich selbst im Auto gesperrt. Okay, John Luke. Let's hunt some ducks. First thing, you gotta keep in the water. Look for a flock. Da kommen sie. Okay, wir warten, bis wir landen. Ich weiß jetzt aber nicht, wie ich auf die Sache richten kann. Ah, okay. Geil, alle runter geholt. Das ist nicht immer der Kante. Das ist nicht immer der Kante. So. So. Warten wir, bis die auf Wasser sind aufgelandet. Bam, ey. Ich hab's ja gemachladen. Dann landet auf den Scheißwasser. Dann landet auf den Wasser. Danke. Okay. 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 Ich hab jetzt den neuen Call gelernt. Ein Green Call. So. Da oben. Gut, das sind mehr Toner. Da oben, bis die Viecher kommen. So, da oben, bis die Viecher kommen. Da sollen wir landen. Das sind gleichzeitig geil. Haha. Also langsam komm ich dahinter. Ich hab sogar zwei Viecher gleichzeitig erwischt. Das sind wirklich Plastikkrenzen. Das sind nur da, um die anzulocken. Ja. Also Entenbraten gibt's bei denen glaub ich euch schon. Okay, calm. Wir sind supposed, zu head up to the house. Schau. Lass mal zurück nach Hause fahren. Ich soll fahren. Hier, ich. Wir haben sogar einen, äh, getarnten Truck. Das ist nicht richtig cool. In diesem Gas. Okay. Ich kann Jürgen fahren. Da ist auch nicht, glaub ich, unversteuerbar. Ja, stopp. Dieser Army Truck, ey. Die brauchen andere Siege, ja. Oh, das ist besser. Loading. Oh! Loading Bildschirm. Was soll ich noch mal machen? Das heißt, ich hab's noch nicht. Also, in dem Untertitel ist auch, dass ich viel noch englisch erwähnt ist. Jetzt halt. Jetzt kommt hier eben in einen deutschen Patch. Und das Glück soll es spielen? Warum nicht? Wir sind nicht so. Lalalalalalalala. Lalalala. Lalalalalala. Lalalalalalala. Lalalalalalalalalala. Hey, you just say the word, and I'll go out there, and the next thing you know, boom, bow, 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 you gotta spread of the finest order here. I'm so happy, this is going to be good. You know, I just love cooking a big meal together. It really brings a family closer in a loving way. Ah, don't touch that. Willie, you just got served. Yeah, well, I wish I had just gotten served some food. Where is everybody? Ha, speak of the devil. Hey, buddy, where y'all been? Oh, you know, just showing John Luke over here how to be a master duck caller like his uncle. Good. Well, we're going to need some ducks later for this gumbo for sure. What y'all been up to? Oh, you know, just being awesome. The yush. The yush? Nobody says yush. Yeah, they do. My kids say it all the time. No. Nobody says that. Sure they do. I just said it. Whatever. Y'all are ridiculous. Been like that all their whole lives. If they ain't competing, they're eating. And right now, we ain't doing neither. So what gives? Whoa, whoa, whoa. Slow down, Turbo. Turbo. Hey, y'all ain't gonna believe what I just saw. A psychiatrist? Hopefully you just saw your psychiatrist. No. I just seen a beaver dam the size of a house. I'm talking about like the White House. But hey, it was brown. So it was like the Brown House. Si, is this like when the wolves chase you down and your shoes caught on fire? I know what I've seen. Well, we gotta tear that sucker up. You bet you we do. Well, Si, where was it? That's the only problem. Let me guess. You can't remember. No. I forgot. Oh, boy. Here we go. I'm afraid he might need more than a psychiatrist. Si may need a brain specialist. No. Well, what you gonna do, Si? I'll tell you what I'm gonna do. I'm going to war with those little rascals once I find them again. So what's the plan of attack? Well, I'm glad you asked. First on the agenda, fill up the iced tea glass. Second on the agenda, take a sip. Yeah, so far so riveting. Hey, and finally, I'm gonna take that ATV and go find them again. A lot of buildup, but just didn't deliver in the end, did it? It's scary that we're related. Well, if you're going out, try and cheat some squirrels for the stew, okay? Okay. And take John Luke with you. He could learn a thing or two from you. Wait. Did I just say that? Come on, John Luke. You and Cousin Bo will be in my platoon, soldier. Time for Uncle Si to teach you three of my favorite things, driving and shooting. Well, what's the third? Good question. It's a tie between using the bathroom and napping. Here, John Luke, take my rifle. Si, show them how to use it. Silas Merrick Robertson, reporting for duty. Over and out. Oh, boy. John Luke is in for it. I mean, at least we know that using the bathroom and napping are tied for Si. And he's not doing them at the same time. Yeah. Ow, that hurt. Stop it, Willie. Don't make me pull your hair out. I'll do it. And that's a lot of hair to pull. Okay, okay, fine. üt節. Now, we're done. It's done. Okay, so we're done. Untertitelung des ZDF, 2020